Hey Leute, ich bin's mal wieder und in diesem Video geht es um die Cydia App Maximization. Diese Cydia Tweak ist kostenlos in der Mode My iRepo erhältlich. Und ja, mit dieser App könnt ihr jede beliebige iPhone App im Vollbildmodus starten und benutzen. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier einmal die Einstellungen und viel mehr als eure ganzen Apps findet ihr hier nicht. Denn ihr könnt hier einstellen, ob diese App zum Beispiel im Vollbildmodus gestartet werden soll oder halt nicht. Das könnt ihr wie gewohnt auf dem iPhone so umstellen. Und ja, wie ihr vielleicht schon seht, ist die Einstellungs-App schon im Vollbildmodus. Und ich kann euch das auch gerne an einer anderen App zeigen, zum Beispiel an der Uhren-App. Ja, das Ganze funktioniert sehr gut. Und wenn ihr zum Beispiel auf die Uhr schauen wollt, könnt ihr den Finger einfach hier oben halten. Dann seht ihr einmal die Prozentanzeige vom Akku sowie die aktuelle Uhrzeit. Und ja, viel mehr kann ich euch da auch nicht zu erzählen. Ganz simpel, aber wie ich finde sehr sehr hilfreich. Und ja, wie gesagt, kostenlos unter der Mode My iRepo erhältlich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.